Bilsenkraut, das eigentliche Pharmakon der Hexen Hekate war, erstaunlicherweise, aufs Innigste mit dem Sonnengott Apollon verbunden. Apollon war in der frühen griechischen Welt genauso fremdartig wie Hekate. Er war ein wilder und ekstatischer Gott, der Hyperborea, der durch die antike Hellenisierung arg entstellt wurde. Sein ursprüngliches Wesen wird in seinem Beinamen deutlich. Rituell wurde er in frühester Zeit als Hekatos angerufen. Er war also eine Art Zwillingsgeschwister der Hexengöttin. Andererseits war er der jüngere Zwilling der Delenischen Artemis, die ihm bereits, kaum geboren, als Hebamme zur Seite stand. Apollon war einer der bedeutendsten Orakelgottheiten. Nach Apollodor hat er die Divination von Pan erlernt. Dem Apollon war der Lorbeer genauso geweiht wie der Hekate. Seine heiligste Pflanze war jedoch das weiße Bilsenkraut. Bei den Römern hieß das Bilsenkraut Apollinaris, die Pflanze des Apollon. Sie wurde im Lateinischen auch als Symphonica oder in Sanin Wahnsinn erzeugende bezeichnet. Die Griechen kannten sie unter dem Namen Hioschiamos, Schweinebohne, oder Pitonionka, Drachenpflanze. Die keltischen Gallier nannten sie Belinothem, Kraut des Orakelgottes Belenos. Das psychoaktiv bis stark hallucinogen wirkende Bilsenkraut war in der Antike das bedeutendste Mittel zur Divination. Gewöhnlich wurde dazu von den Pythias, Sibillen, Wahrheitssagerinnen, auch den germanischen Alrunas, der Rauch von Kraut oder Samen inhaliert. In dem dadurch ausgelösten transartigen oder visionären Bewusstseinszustand konnten sie Hellsehen oder Orakel geben. Das Bilsenkraut gehörte zu den wichtigsten Heilpflanzen der Antike. Bei unheilbaren Wunden und Spinnenbiss zerreibe die Pflanze Apollinaris mit altem, ungesalzenem Fett und einem Becher altem, rauchlosen Wein. An Fett nimm ein Pfund zusammen und mache eine Art Salbe und trage sie auf die Wunde auf. Staunenswert schnell wird der Patient geheilt. Bilsenkrautsalben wurden auch anderweitig verwendet. Bei Geschwulsten an den Knien oder Schienbeinen oder Unterschenkeln oder wo auch immer, das Auftragen der zerriebenen Symphoniaka, die mit Schafmist und einem Maß Essig zu einer Salbe verarbeitet wurde, beseitigt die Geschwulste. Das Bilsenkraut wurde auch bei Leisten, Fuß, Leberschmerzen und Lungenleiden äußerlich oder als Pflanzenpresssaft innerlich verwendet. Die in Wein gekochte Wurzel beseitigt den Sahnschmerz, wenn sie gekaut wird. Die Pflanze gehörte auch zu den gynäkologischen Heilmitteln. Symphoniaka-Saft gibt mit Safran vermischt zu trinken. Die wunderbare Wirkung wirst du bewundern. Das Bilsenkraut war ein berühmtes Aphrodisiakum und deshalb ein beliebter Zusatz zu den Liebestränken der thesialischen Hexen. Es war aber auch dem Göttervater Zeus, Jupiter heilig, wie sich in dem bis heute im Volksmund verbreiteten Namen Jupitersbohne zeigt. Aus der Spätantike ist eine Bilsenkraut-Beschwörung erhalten geblieben, die einen Eindruck von dem ehemaligen Gebrauch vermittelt. Der Spätantike Arzt Alexander von Tralles von Pontus hat eine Beschwörung aufgezeichnet, die ihm irgendwie aus dem Volk zu Ohren gekommen sein muss. Es handelt sich um eine Beschwörung des Bilsenkrautes gegen Podagra. Man grabe es, wenn der Mond im Zeichen des Wassermannes oder der Fische steht, vor Sonnenuntergang, aber ohne dabei die Wurzel zu berühren. Doch darf man nur mit zwei Fingern der linken Hand, mit dem Daumen und dem Arztfinger, das ist der Ringfinger, graben und dazu muss man sprechen. Ich sage dir, heiliges Kraut, morgen rufe ich dich in das Haus des Phileas, damit du dem Fuss, der Füsse und Hände dieses Mannes oder dieser Frau gebietest. Ich beschwöre dich bei dem grossen Namen, Jaut, Sabaoth, welcher der Gott ist, welcher die Erde festgebrannt und das Meer trotz der Menge der hineinströmenden Flüsse stillstehen machte, der das Weib des Lot vertrocknet und in eine Salzsäule verwandelt hat. Nimm in dich auf, dem Geist der Erde, deiner Mutter und ihre Kraft und trockne den Fluss der Füsse oder der Hände dieses Mannes oder dieser Frau. Am folgenden Tag nimmt man den Knochen irgendeines toten Tieres, gräbt damit das Kraut aus, ergreift die Wurzel und spricht. Ich beschwöre dich bei den heiligen Namen, Jaut, Sabaoth, Adonai, Eloi. Dann streut man auf die Wurzel eine Handvoll Salz und sagt, wie dieses Salz sich nicht vermehrt, so mehre sich auch nicht das Leiden dieses Mannes oder dieser Frau. Hierauf nimmt man die Spitze der Wurzel und hängt sie dem Kranken um, wobei man Acht geben muss, dass sie nicht nass wird. Den Rest der Wurzel lässt man 360 Tage hindurch über dem Feuer hängen. Das schwarze Bilsenkraut gehörte ebenfalls zu den heiligsten Pflanzen der Gemahnen und Wikinger. Sie nutzen das in besonderen Bilsengärten, sogenannten heiligen Äckern, angebautes Gewächsrituell, magisch und medizinisch. Es war besonders wichtig in der Divination, im Wetterzauber, auch zum Auffinden von Schätzen, als Medwürze bei Libationen und Trinkgelagen. Die Zauberpflanze musste nach germanischer Tradition von einem nackten Mädchen, das dem Zaubergeiste übergeben wurde, ausgegraben werden. Daher erklärt sich auch die Dämonisierung der Pflanze im Zuge der Katholisierung Mitteleuropas. Die ehemals heilige Heilpflanze der Heiden wurde zum satanischen Hexenkraut umgemünzt. Zudem wurde in der Inquisition der Gebrauch des Bilsenkrautes als Beweis und der Überführung einer Person als Hexe angesehen. Nach Glossarer Prozessakten des 16. Jahrhunderts bekennt eine Hexe, dass sie um Lohn Leute gebannt habe, die dann Waren, die niemand haben wollte, um jeden Preis kaufen mussten. Zu diesem Zweck habe sie Bilsenkrautsamen vor den Laden gestreut und dabei gesprochen, In einem Hexenprozess von 1648 wird der Angeklagten vorgeworfen, dass sie einem Bauern, dem ein Ochse abhandengekommen war, neun Bilsenköpfe gegeben habe, damit er das Tier wiederfände. Das bedeutet, dass hier eine alte schamanische Praktik vorliegt, dass nämlich in einer durch ein psychoaktives Mittel ausgelösten hellsichtigen Trance verlorene Objekte wieder aufgefunden werden. Eine in Pommern angeklagte Hexe gestand, dass sie einen Mann toll, das heißt geil gemacht habe, indem sie ihm Bilsensame in die Schuhe gestreut hat. Vom Wissen der Guteer Kräuterfrau Conne Boxdorf ist 1529 einiges dokumentiert worden. Sie sammelte an jedem Tag der Woche ein anderes Kraut. Sonntags wollte sie ruhen. Da es aber ein segensreicher Tag, der Tag des Sonnengottes Helios Sol Drapollon, war, würde er das Gift im Bilsenkraut bannen und deswegen holte sie dieses Kraut rasch vom Schutt an den nahen Wegen. Wer vor Zahnweh nicht schlafen konnte, legte es unter die Kissen oder verbrannte den Samen auf glühenden Kohlen und atmete ihn ein. Die psychoaktiven und aphrodisierenden Eigenschaften des Bilsenkrautes waren zur Zeit der Inquisition sehr gut bekannt. Wahrscheinlich hat das Rauchen von Bilsenkraut in Europa eine sehr lange Tradition. 1586 heißt es bei Matthiolus, er habe Bauernkindern beobachtet, die Bilsenkrautsamen gegessen hatten. Die waren als thämisch, benebelt und unsinnig, dass die Eltern mehneten, sie wären vom bösen Geist besessen. In der frühen Neuzeit wurden die Bilsensamen in den Badehäusern auf die Ofenplatten gestreut, dass die badenden Leute in den Badwendlein saßen, mit diesen aneinander stießen. Schließlich war Bilsenkraut oder Pilsnerkrut seit germanischer Zeit bis zum bayerischen Reinheitsgebot der wichtigste Bierzusatz. So wie die Hexenmedizin in den Untergrund gezwungen wurde, verschwand auch der psychoaktive Bilsenkrautgebrauch von der öffentlichen Bildfläche. Mit ihm geriet auch der medizinische Nutzen des Bilsenkrautes in Vergessenheit. Es wurde zwar noch in diesem Jahrhundert in Form von Zigaretten, Asthmatikon verschrieben, wurde in der Medizin jedoch durch die isolierten Alkoloide, besonders durch das Skopulamin ersetzt. Trotzdem ist Bilsenkraut bis heute offiziell und somit über den Apothekenhandel zu beziehen. Dort erhält man auch das Bilsenkrautöl, das sehr gut für besondere erotische Massagen geeignet ist. Akonit als Heilmittel Der Geifer des Kerberos war bereits in der Antike ein gefürchtetes Gift. Der Name Akoniton wurde dann auch ein Sammelbegriff für mehrere Giftpflanzen. Vor allem wurden die verschiedenen Sturmhutarten dazu gezählt. Noch heute gilt der Sturm oder Eisenhut als die giftigste Pflanze Europas. Es sind fast keine Heilanwendungen aus der Antike überliefert. In Indien dient er immerhin als tantrisches Rauschmittel. Die getrockneten Blätter werden von Yogis oder Sadhus, speziell den Aguris, die ganz im Dienste der dunklen Göttin Kali stehen, geraucht. Vielleicht ist hierin ein Schlüssel zum Verständnis der Rolle des Sturmhutes im ursprünglichen Hekatekult zu erkennen. Denn diese Pflanze ist derart inniglich mit der Hexengöttin und ihren Priesterinnen verbunden, dass sie geradezu als das klassische Hexenkraut gilt. Die ehemals als Akoniton bezeichnete, heute als Giftpflanze gefürchtete Einbeere wurde besonders als Heilmittel der Gicht angewendet. Im Böhmerwald hat sich bis in jüngste Zeit ein Sammelritual für die Pflanze samt Heilkrautbeschwörung erhalten. Damit die Pflanze die gewünschte Heilkraft entfalten konnte, musste sie bei Mondschein gepflückt werden, nachdem sie mit folgendem Spruch angerufen wurde. Erst die göttliche Einstrahlung von der großen Muttergöttin kombiniert mit dem Sammelritual verleihen der Pflanze ihre Heilkraft, ein typisches Charakteristikum der Hexenmedizin. Die Einbeere ist übrigens kaum oder nur schwachgiftig. Sie gehört vielmehr zu den vergessenen, psychoaktiven Pflanzen der europäischen Flora.